Punkt 14. Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne nachhaltiger Entwicklung erhalten und nachhaltig nutzen. Schöne Worte, doch sie führen in totale Kontrolle und Anordnung von außen, denn Die Gewässer und deren Ressourcen werden zentral erfasst und verwaltet, der Zugang nur ausgewählten Konzernen möglich sein, Der Schiffsverkehr und somit die private und gewerbliche Nutzung von Meeren, Binnenseen und Flüssen wird weiter eingeschränkt und nur unter bestimmten Voraussetzungen zugelassen sein, die sich kleine Fischer in den seltensten Fällen leisten können. Großkonzerne aber werden weiterhin fischen dürfen, weil sie über Subventionen das nötige Kapital erhalten, um neue Standards wie die Digitalisierung der Fangquoten oder das Umrüsten auf Elektroantrieb einzuhalten. Dies macht das Fischen unattraktiver, das Angebot wird reduziert und den wenigen großen Lizenznehmern werden ungeheure Gewinne beschert. Dies führt im Umkehrschluss zu noch größerer Armut in den Dritte-Weltländern und zu Völkerwanderungen, die auch die reicheren Länder wiederum destabilisieren werden. Zusätzlich wird die Übersäuerung der Meere mit Mitteln der Chemieindustrie verschlimmert, was zu unkalkulierbaren Folgen bis hin zum Fischsterben führen kann. Der Plan der Eliten ist durchschaut. Es ist an uns, als gesamte Menschheit dieser Agenda etwas entgegenzusetzen. Und zwar, bevor es zu spät ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Zum Job, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.